Übersetzen Sie den vollständigen Text ins Deutsche, Hallo, leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir sind hier mit aufregenden Neuigkeiten über den jüngsten Helden der Fohlen. Bevor wir mit den Nachrichten beginnen, hinterlassen Sie ein Gefällt mir für das Video, damit Sie keine Neuigkeiten verpassen. Der unglaubliche Rockcoreiz, der diese Saison glänzt. Rockcoreiz, der bei Borussia Mönchengladbach geborene und aufgewachsene Mittelfeldspieler, hat die Fans mit seiner phänomenalen Leistung begeistert. Der junge Spieler hat bisher an allen acht Bundesligaspielen teilgenommen und dabei sein Engagement und seine Leidenschaft für das Vereinstrikot unter Beweis gestellt, was unter den Giganten des Fußballs bemerkenswert ist. In einem exklusiven Interview mit der Rheinischen Post verriet Reitz seine Träume, in die Fußstapfen von Borussia-Idolen wie Patrick Herrmann, Toni Janschke und namhaften ehemaligen Spielern wie Raphael, Marc-André Tastegen und Granit Xhaka zu treten. Bis zum Erreichen der Marke von 200 Pflichtspielen sind es nur noch zwölf Spiele. Nach seiner Rückkehr von zweilei auf enthalten in Belgien beim VV St. Truiden kehrte er stärker und entschlossener als je zuvor zurück. Der Spieler äußerte den Wunsch, eine noch bedeutendere Rolle auf dem Platz zu spielen und der Mannschaft Tore und Vorlagen beizusteuern. Nachdem er bereits einen Assist auf seinem Konto hat, ist er hungrig nach mehr und versucht, das Spiel stärker zu beeinflussen. Ein Traum ging in Erfüllung, als Reitz im Spiel gegen den starken FC Bayern München vor überfülltem Stadion zum ersten Mal in der Startelf stand. Er beschrieb die Erfahrung als erstaunlich und dachte über den minimalen Druck nach, den er verspürte, und konzentrierte sich darauf, das Beste aus der Gelegenheit zu machen. Rocco Reitz ist ein bemerkenswertes Talent und ein wahres Beispiel für Engagement für Borussia Mönchengladbach. Bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten über diesen unglaublichen Spieler und seine Reise auf unserem Kanal.